Das war das Team des Gegners. Es sieht sehr schlagbar aus, aber erstmal moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Mein Kanal heißt Luis Zockt und ich bin nicht alleine, denn wir spielen FIFA 21 Ultimate Team Corp. Abonniert jetzt den Kanal, um mich zu unterstützen. Falls ihr es noch nicht getan habt, lasst vielleicht eine positive Bewertung da. Schaut gerne in die Videobeschreibung, denn da ist die FIFA 21 Ultimate Team Playlist verlinkt. So wie mein Instagram und mein Discord Server könnt ihr überall gerne gleich mal abchecken. Was war das denn? War der abgeblockt? Nein. Okay. Leute, ganz kurz. Diese Zagadou-Karte ist einfach nur krank. Die 92er, die hat ja jetzt ihr Upgrade bekommen. Und schaut euch mal diese Werte an. Aber diese Karte ist so absolut krank. Komm, stark. Stark, stark, stark. Raul, komm. Ja. Und wir kochieren trotzdem ein Tor von Millic Lai. Äh, traurig. Vier machen jetzt noch ein Tor. Der ist drin. Ich wusste es. Ja. Sehr schön vor der Halbzeit noch. Ach, nö. Also Schiedsrichter. Oh, nee. Dann jubelt der auch noch, dieser Kleine. Der hat eigentlich ein geiles Team, aber der hat halt einfach keine Special Karten, weißt du? Also, ne? Wäre das Team nur mit Special Karten. Jede Karte, die der im Team hat, hat ja auch eine krasse Special Card. Würde der die Special Karten von denen spielen, dann wäre das ein geiles Team. Aber der Kleine hat ja nur einen Innsporn, glaube ich, oder? Ja, ja, aber... Ist ja trotzdem... leihspieler ist man kann es auch übertreiben mit leihspielern ne der kommt nicht durch bitte nicht und zwar an der mitte mohr stark wichtig 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 ist das peinlich dieses spiel ja 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 die hat er die hat er nicht warum und natürlich der leihspieler schlimmer kann man auch echt nicht verlieren bei so einem wir können einen eigentlich pixel so aggressiv machen dann haut rein bis zum nächsten mal tschüss tschüss